Hi und herzlich willkommen auf Rieners Backdate. Heute bereite ich leckere Zimtkekse zu, die mir immer die kalte Jahreszeit versüßen. Und die Kekse sind auch ohne viel Aufwand gezaubert und machen sich echt gut auf den Teller. So, da fange ich jetzt direkt mit der Zubereitung an und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich nehme 300 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, 190 Gramm Butter oder Margarine und ein Eigelb. Für den Mürbeteig gebe ich alle Zutaten in eine Schüssel und verknete sie mit den Knethaken. Anschließend knete ich mit den Händen weiter, bis ein glatter Teig entsteht. Falls der Teig dann zu weich zum Ausrollen sein sollte, könnt ihr ihn für ca. 10 Minuten in den Kühlschrank stellen. Hier habe ich mir einen Streifen Frischhaltefolie abgetrennt und auf diesen rolle ich jetzt ca. die Hälfte des Teiges dünn aus. Zwischendurch bemehle ich meine Teigrolle, damit kein Teig an ihr haften bleibt. Wenn ihr die Frischhaltefolie am Rand einklappt und den Teig leicht andrückt, erhält ihr einen gleichmäßigeren Teigrand. So, zum Bestreichen nehme ich 2 Teelöffel Zimt, 70 Gramm Zucker und 50 Gramm geschmolzene Butter. Die drei Zutaten verrühre ich nur miteinander und verstreiche ungefähr die Hälfte der Mischung auf den Teig. Lasse jedoch einen ca. 2 cm Rand am oberen Ende. Nun rolle ich den Teig gleichmäßig ein, wickele ihn wieder in die Frischhaltefolie und lege die Teigrolle dann für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank. Dann fahre ich mit der Zubereitung der nächsten Teigrolle fort. Mittlerweile ist die Kühlzeit um, die Teigrolle ist nun schön fest geworden, sodass man sie gut durchschneiden kann. Und jetzt teile ich sie in 1,5 bis 1 cm dicke Scheiben. Die Teigscheiben lege ich jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und dann geht es bei 180 Grad oberen Unterhitze für ca. 10 bis 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Die Backzeit ist um, ich habe die Zimtkekse auf dem Backblech komplett auskühlen lassen und aus zwei Teigrollen 46 Kekse zaubern können. So und nun sind sie auch schon servierbereit. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ihr macht diese leckeren Zimtkekse mal nach. Sie sind wirklich sehr lecker. Und falls ihr das macht, verlinkt mich doch gerne mit euren nachgemacht Bildern auf Instagram. Denn dann schaue ich mir auch super gerne eure Fotos an. Hier drauf könnt ihr mich kostenlos abonnieren, verpassen und auch kein Rezept wieder mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.